Hallo Leute und herzlich willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute möchte ich euch zeigen, wie ihr euer Instagram-Account auf dem iPhone löschen könnt. Dafür geht ihr einmal in die App rein und drückt nun unten rechts einmal auf euer Profil. Dann drückt ihr einmal oben rechts auf die drei Punkte und drückt nun auf den Punkt Einstellungen. Nun geht ihr einmal auf den ersten Punkt, auf die Kontenübersicht. Scrollt nun einmal runter auf den Punkt Persönliche Informationen. Dann auf den Punkt Kontoinhaberschaft und Einstellungen, deaktivieren oder löschen. Sucht euch nun erstmal hier euren Account aus und könnt nun einmal hier auf den zweiten Punkt Konto löschen drücken. Da drückt ihr einfach auf weiter. Jetzt werdet ihr immer noch mal einen Grund gefragt, den könnt ihr dann beliebig aussuchen. Drückt dann nochmal auf weiter. Und nun werdet ihr aufgefordert einmal euer Passwort einzugeben, um sozusagen zu bestätigen, dass ihr euren Account wirklich löschen wollt. Ich hoffe ich konnte euch weiterhelfen und würde mich über ein Like und ein Obo freuen. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.